und Vertrag wieviel smaragda hast du schon? Acht ja bräuchte ich 16 diamanten um mit dir mit zu holen NEIN! Oh, ich war schon so weit Och Mann, ey, ich hasse die Map hier, ey Och Mann, warum fahre ich denn jetzt hier runter? Ey, diese Ficker-Map, ey, ich fick der gleich so in den Arsch rein Das ist schon blutet, ey Oh, ich hätt beinahe auf meinen Tisch dran, da hätt ich mir mal mit meiner Hand gebrochen Ja, Tudi sagt nix, weil er es geschafft hat, ey Boto sagt nix, weil er es geschafft hat Ich hab's noch nicht geschafft Ja, aber ihr könnt wenigstens reden, es ist alles so ruhig Ja, ihr müsst den letzten Sprung machen Ich mach hier, ich bin ja voll der Alleinunterhalter hier Ja, aber was sollen wir denn sagen? Ja, keine Ahnung, Wetter, gut, alles gut oder was? Ja, ich hab hier lecker Essen vor mir stehen Ja, es ist immer Ja, was willst du denn von uns hören? Wir können dich ja natürlich anfangen Nein, aber das wird dich auch wieder in Ordnung Nein, aber das wird wenigstens, ob ich unterhalt, keine Ahnung, ob ich Küsschen gebt oder was weiß ich denn Weil ich muss mich gerade konzentrieren Ja, nicht irgendwelche Homo-Action hier Wenn ich konzentrieren muss, würde ich dir ja vorschlagen, dein Sound auszuschalten Warum soll ich mal einen Sound ausschalten? Ja, wenn du dich konzentrieren willst Junge, ich schalte gleich dich aus Wegen solchen dummen Gelaber falle ich runter, Alter Schalte doch dein Sound aus, nein Und Bortock, ey, für das Lachen kriegst du noch irgendwo, keine Ahnung, ne Klatsche Irgendwann werden wir Atlas Live spielen, Alter Und dann verkauf ich dir gestreckte Drogen, dass du stirbst, Alter Und dann raub ich ihn aus, dann wäre ich reich Ja, ich lasse ihn, keine Ahnung, ich lasse ihn Banken ausrauben und bin irgendwie so ein Geheimer Auftraggeber, so mäßig und dann und dann gesagt ich habe eine neue droge muss er musste ausprobieren damit du weißt ich weiß schon mal von dir werde ich keine drogen mehr nehmen ich werde jetzt so strecken engelkarnung mit cyanid und mit zyankali und so am besten noch schwarzpulver reingemischt weißt du das soll ja nicht explodieren das soll ja schön leiden das soll ja nicht explodieren weißt du weißt du am besten noch so ein bisschen hier schwarzpulver rein und dann so und dann so das feuer unter seinem hinter machen oder seine kacke dann als dynamit benutzen ich werde das so strecken dass er irgendwie keine ahnung qualvoll irgendwie keine ahnung erst seine ohren werden taub dann irgendwie blut er aus allen öffnungen aus allen öffnungen ja das ist ja zu hart aus dem intern reicht schon aus allen öffnungen eigentlich müsste dann müsste er dann insgesamt bluten auch der ganze haus bestehe hat ja überall so kleine öffnungen das sind poren keine löcke ja ne und dann klar dann dann irgendwie dann kriegt er so wie bei toywood dass er irgendwie schaum aus dem mund rauskommt so scheiße habe ich mir schon vorgenommen oder machst du das halt wie gesagt mit schwarzpulver was hast du mit deinem schwarzpulver alter junge was ist mit dir los alter benutze deine kacke als dynamit warum soll ich schwarzpulver benutzen keine ahnung es macht überhaupt keinen sinn seine kacke als dynamit benutzen seine kacke als dynamit benutzen aber jetzt fällt es runter schade das ist ja nicht jaaa oh nein f*** dich ach ich glaube wir müssen ich glaube höchstens noch eine map sozusagen nächste stage ja warte dann guck ich mal nach was die nächste stage hier ist ach hier hier ich bin da mal gucken ob es sich da ich sag dir dann mal ob das nächste was für dich ist das oh oh eh warte ich lass' das was vor hier sag' nicht dass ein diamanten gefunden ha haha da 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 um und wir er hatte nachgucken was das hier ist aber auch ich sehe gar nicht ja geschafft wir müssen wir mal vor dem Strick warten, ne, Leute? vor dem Strick warten ja, damit wir wieder zurückdippen ja, genau deswegen, Botok ich bin noch zwei ja, Botok, warum bist du auf die Platte gegangen? LOL ja, schön fuck me, Alter hier, ne, Kater, ne aber hier noch nicht auf die Druckplatte gehen wegen Botok, falls das sowieso so ein Sprecheropteil oder was weiß fuck that, Alter aufgehen äh, was war denn da, Botok? bist du da gestorben, oder was? Botok, bist du da gestorben? nein, ich wurde zurückdippotiert, mein Gott oh, ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass gleich Kaktus spürt oh, ja natürlich, nur bitte und eine Kaktin wär ja auch was ganz neu oh, doch, oh, nicht da drauf gehen ja ja, ich kann ich nix für, sorry na, na, ok oh, warum fall ich runter? mein Stuhl, Alter geil ach, Mann warte ach, scheiße aber wieder, das ist dann, also für heute glaube ich die letzte Challenge sozusagen oder Stage Alter, sonst raste ich hier gleich aus, Alter wird gleich richtig haarig hier, ey wird gleich richtig haarig hier, ey oh, ficken oh, die Springer, ich hab mir alle Springer anguckt, oh, die wären wüchter es wär besser, wenn wir jetzt aufhören und deine Mama hört jetzt auf, Alter ja, halt nicht och, mann mann doch, mann vortag, Alter, Junge ja du provozierst gerade, dass ich dich beleidige und nachher es mir nicht leid tut richtig gut mach mal ich werde dich da beleidigen und es wird mir nicht leid tun mach mal bitte, komm ich sag dann irgendwelche Sachen, die mir nachher nicht leid tun also alter vortag provozier es nicht vortag, die Sachen werden mir auch überhaupt nicht leid tun sonst werde ich mich in deinen ETS 2 reinhacken und dann irgendwie als Panze ankommen, während du mit deinem da rumfährst raus quadern dann, da wird mir das auch nicht leid tun ich hab Tony verpackt los gehts äh, Leute, könnt immer wieder jemand hier doch auf Junge, Laura, war doch kein Scheiß, die ist doch offen Alter, wegen dir bin ich jetzt runtergefallen Ähm Oh, wegen dir, Toni, Alter Weil du immer mit deinem Du siehst du ja auch, Mama Oh, dann fahre ich wegen Toni runter, ey Schlecht Wo ist Toni überhaupt, ey? Nach Hause gegangen? Da Äh, ich mach grad dieses Tatschen nochmal Warum? Einfach nur, weil es mir Spaß macht Die Tür ist doch offen Toni, äh, Challenge, äh, 8, 4 musst du machen Ich weiß, hab ich jetzt auch bemerkt Schlauch, komm Aber dann lieber doch Warum ist es denn schon durchgegangen, Bortock? Warum ist es denn schon durchgegangen? Weil ich reingesprungen bin, oder? Ja, aber da kommt er doch nicht mehr zurück, oder? Ja, komm doch zurück Ach doch, okay Remember to open the checkpoint, ja Ganz wichtig Auf einem bayerischen Bauernhof Papa, ich hab mich verliebt Ja, mein Sohn In wem denn? Die mag's nix sorge Ja, sag's schon In die Maria? Nee Ja, mei In die Eva vielleicht? Nee, Papa Etwa in die Zensi Die olle Hure Nee, Papa In den Sepp In den Sepp? Aber der ist doch evangelisch Dazu muss ich sagen, ich bin auch evangelisch Ich auch Ich bin narzisstisch Du bist narzisstisch Okay Versteh ich In ATS, Bortock Alter, das ist jetzt fies Das ist jetzt fies Treffen sich zwei Kannibalen Der eine hat ein Stangenbrot Unterm Arm Du bist eine Warte mal Hä? Treffen sich zwei Treffen sich zwei Kannibalen Der eine hat ein Stangenbrot Unterm Arm Du bist ein Kannibalen Und isst Brot Ja, wir haben Da einen Der hat öfter Der hat ein offenes Knie Ich geh da Ich geh dippen Geil Okay, das ist voll unlustig Ah Ja Ja Oh, Beamtenwitze mag ich immer höhlich Aber nicht Ach, mach ruhig Nee Danke Warum springt ihr einfach schon weiter? Gar nicht weiter Ja, wo ist Bortock? Der ist hier bei mir Bei Toni? Ach, ihr seid schon weitergesprungen Wir sind hier Ja, warum seid ihr hier weitergesprungen? Ohne mir Bescheid zu sagen Was seid ihr denn für Homos? Ich Ihr habt richtige Homos, Alter Burscheiß Ja, Kater, ich hab schon jetzt drei Die Internetseite auch Aber egal Man hat mal wenigstens warten können auf mich Oh nein Oh, wegen euch jetzt, Alter Sag nicht mal, Kater, es geht weiter Nein, die machen einfach weiter Da merkt ihr, Leute Das sind die puren Eroisten, Alter Wenn ich Wenn ich Wenn ich Euch Abonnenten wäre Dann würde ich die nicht abonnieren Äh? Weil die Die machen ohne Rücksicht Ohne Rücksicht Und Verluste Ihr habt es ja gesehen Sie gehen einfach weiter Ohne zu sagen So, Kater Es geht weiter Aber Nein Gehen einfach weiter Ohne Bescheid zu sagen Und die Challenge nochmal neu machen Du warst jetzt eigentlich nicht klar Nein, ne, ihr könnt erst weitermachen, wenn ich die Challenge nochmal gemacht habe Nö, du hast dich schon gemacht, also komm, weiter geht's Nö, finde ich das, wenn ihr jetzt nicht werdet Ja, ich bin im Arsch Ja, nee, das ist voll egoistisch von euch Wenn ich die Challenge nochmal neu machen Hö, 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 Hö 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 Hö, Hö Hö He 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 he. Hvert að vera skilur er hannig. Má saði, hvað er allt af um hvernig. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Alter. Ja, ich nur da hin. Ach, Mann. Ja, guck, jetzt reg ich auch hier mit mir alleine. Toll!